Guten Tag, liebe Mitmenschen, es ist jetzt Sonntag, ich bin da jetzt wieder vor der Frankfurter Mufmesse eingetroffen. Eigentlich sollten der Tag heute im Zeichen von Hartz IV stehen. Und ein wenig werde ich in dieser Richtung auch machen, nachdem ich aber jetzt verstärkt gesehen habe, was mit den rechten Verlagen und rechten Truppen und Politikern hier los war, habe ich mich auch entschlossen, noch eine andere kleine Aktion zu planen. Ich habe dafür auch noch ein anderes T-Shirt dabei und eine andere Kupfbedenkung. Ob das alles so klappt, wie ich das möchte, das muss man noch sehen. Aber ich werde jetzt ein paar Karten mal verteilen und dann schaue ich mal, dass ich aufs Gelände komme. Eintrittskarte ist vorhanden. Bis später. Guten Tag, es ist jetzt etliche Zeit später, ob es klappt oder nicht, ich habe immer noch nicht die Stände der Muskelverlage gefunden. Aber ich habe mich jetzt schon mal umgezogen, wenigstens und habe dann noch ein etwas anderes Outfit und werde mich hier in den Abteilungen noch bewegen, wo es zumindest ähnliche Themen in gibt. Vielleicht werde ich hier auch noch für nicht. Wir werden sehen. und wiedersehen. Danke. Vielen Dank.